...eine Studie, die wir heute vorstellen, und vergleichen, wie es dann aussieht mit dem Lesen und dem Nichts. ...unterschiedliche Bildungssysteme nach der Bildungsstandard, so was Ziel der Kultusminister. Alle Kinder sollen am Ende eines Schuljahres das gleiche können, egal ob sie in drei Jahren oder in der Schleswig-Holstein lernen. Der erste Test am Auftrag der Kultusministerkonferenz, eine Standort-Bildung... ...für den Kassberg. ...erreicht, sondern normal am Ende des Jahrhunderts Schuljahres erreichen sollen. ...wies nach Urteil, das ist der Kultusministerkonferenz, die in den Kernbereichen Rechnung und Lesen haben... ...nebenfalls auch die Länder nach der Kultusministerin, die Stadtstaaten Hamburg und Berlin erreichen dafür, dass die Kultusministerin und die Unabhängung auf dem Bildungsstandard hat die Aufgabe der Kultusministerin gemacht. ... ... ...